Yeah! Dieses Flugzeug wurde 2010 zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt. Die für seine Größe bemerkenswerte Flexibilität setzte damals alle in Erstaunen. Der A400M ist ein Transportflugzeug der neuen Generation. Von den Transportflotten der größten europäischen Luftwaffen im 21. Jahrhundert werden dieses Flugzeug übernehmen. Insgesamt 174 Flugzeuge von acht Nationen, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Luxemburg, Türkei und Malaysia haben dieses Flugzeug bestellt. Der A400M ist ein Problem, aber was ich nur beschreibe als die Zukunft der Militär Transport, ist das wirklich unheimlich, und ein sehr schönes A400M. Für diejenigen, die die Geri-Andersen-Serie kennen, ist das, für mich, die Thunderbird 2. Das Remarkable Aircraft hat its first-ever public display at the ELA in 2010. Und es hat alle mit dem Remarkable Agilität, und es ist so wiederum dieses Jahr. Das ist das, für mich, die Geri-Andersen-Serie. As you can see, the aircraft is manoeuvring on the runway and showing you that this aircraft is just as manoeuvrable on the ground as it is in the air. Now that's very important when it comes to operating bases a long way away from its home where it's unsupported in the field and of course on unprepared strips, being able to turn around in the width of the strip which is what the aircraft is demonstrating here. Fantastic aeroplane, this. I really take that off to them because they really have delivered the goods with the A400M. Thank you. 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 Thank you.